Ubisoft macht jetzt in Metroidvania und ob sich das Ganze wirklich lohnt, das erfahrt ihr hier im Video. Ubisoft war so freundlich, mir das Spiel schon eine Woche vor Release zur Verfügung zu stellen, um mich zu überzeugen, dass Ubisoft auch gute Metroidvanias machen kann. Und da war ich am Anfang wirklich sehr skeptisch, muss ich sagen. Aber wie das Ganze jetzt ausgegangen ist, nach schon bereits über 10 Stunden Spielzeit und einer ordentlichen Prozentzahl, das erfahrt ihr natürlich hier und natürlich wird es auch im Kanal die Komplettlösung 100% zu diesem Spiel geben, die ihr natürlich mit mir zusammen verfolgen könnt und wir können zusammen das Game durchzocken. Nun aber zu meinem Fazit, hat es Ubisoft wirklich geschafft mich zu überzeugen, dass sie ein gutes Metroidvania machen können? Ja Freunde, da muss ich sagen, sie haben da wirklich gar keine schlechte Arbeit auf den Tisch gelegt. Aber ob das Ganze wirklich 49 Euro wert ist, das wird sich hier in dem Video noch zeigen und das verrate ich euch natürlich. Generell muss man sagen, dass sie sich wirklich sehr viel Mühe gegeben haben, gerade im Storytelling. Das finde ich persönlich ziemlich cool, weil auch nach einer sehr langen Spielzeit habe ich immer noch nicht ganz herausgefunden, wie die Story so zusammenhängt und was eigentlich das Ziel dahinter ist. Ich finde die Story ist ziemlich kryptisch, was auch relativ gut ist. Das, was ich persönlich nicht so gut finde und wo ich dann auch immer wieder den Vergleich zu Blasphemous oder hier zum Beispiel zu Let's The Last Fate ziehe, das ist natürlich die Atmosphäre. Es ist nicht so düster oder blutig, wie man das vielleicht von manchen neuen Metroidvanias kennt. Die Atmosphäre ist eher hell und auch kinderfreundlich dargestellt. Dennoch muss man sagen, haben sie es gut hinbekommen. Vor allem ist die Spielwelt wirklich riesig. Ihr müsst euch überlegen, dass ich nach 10 Stunden erst Paaren 30% habe und das sind bei anderen Metroidvanias meistens schon so um die 70%. Also die Spielwelt ist wirklich riesengroß, das muss man dazu sagen. Zwar ist die Spielwelt auch ziemlich hell gestaltet, aber es ist ein typisches Metroidvania, wo ihr verschiedene Wege gehen könnt, wenn ihr neue Fähigkeiten findet oder neue Waffen bekommt, die euch dann neue Möglichkeiten freischalten kann. Und da kommen wir auch schon zu den Rätseln. Die sind nämlich teilweise wirklich richtig knackig. Da muss man echt seinen ganzen Hirnschmalz zusammenpacken, auch wenn man die Fähigkeiten beherrscht, wie man jetzt durch die einzelnen Rätselräume durchkommt. Und das finde ich persönlich ziemlich cool, denn man hängt schon etwas länger an der Stelle, obwohl man eigentlich wüsste, wie das gehen könnte, aber es dann doch nicht so ganz funktioniert, wie man sich das im ersten Moment vorgestellt hat. Auch die Bossgegner sind super cool gemacht und auch ziemlich eine gute Herausforderung, muss ich sagen, denn manche Bossgegner sind echt knackig und viele haben ihre eigene Mechanik, die man erstmal herausfinden muss. Ich habe wirklich keinen Bossgegner im ersten Anlauf geschafft und das finde ich persönlich schon ziemlich cool. Wer auf Soulslike oder Metroidvania steht, der wird das natürlich lieben, weil eben jeder Bossgegner erstmal herauszufinden ist, wie der überhaupt funktioniert. Natürlich muss man auch seine Attacken so ein bisschen auswendig lernen, damit man weiß, wie man da ausweichen muss. Denn wenn man eine starke Attacke abkriegt, kann es schon mal sein, dass er ein oder zwei Balken abzockt und natürlich können wir uns mit Heiltränken wieder unsere Lebenskraft auffüllen. Die Heiltänke können wir dann auch upgraden. Wir haben dazu so ein gewisses Hut, wo wir auch Sachen kaufen können, unsere Amulette verbessern können und natürlich immer im Laufe des Spiels stärker werden, wenn wir unseren Charakter upgraden. Ubisoft, muss ich sagen, macht auch wirklich ein paar Dinge komplett neu und anders, denn gerade bei den Fähigkeiten merkt man das. Also es gibt gewisse Fähigkeiten, die ich so persönlich noch nicht in einem Metroidvania gesehen habe und die fand ich ziemlich cool, muss ich sagen. Coole Ideen sind auf jeden Fall dabei und die Spielwelt ist halt wirklich echt groß. Ihr könnt euch da echt austoben. Es gibt super viele verschiedene Wege und das Krasseste daran finde ich eigentlich, dass sie so ein komplett neues Kartensystem gemacht haben, wo ihr quasi von einer Stelle eine Fotografie anfertigen könnt, die ihr euch dann später einfach auf der Map anschauen könnt. Super praktisch auf jeden Fall, weil ihr könnt so einfach auf der Map gucken, warum bin ich da jetzt nicht weitergekommen, wie komme ich da vielleicht mit meiner neuen Fähigkeit durch und es ist auf jeden Fall wesentlich besser, als da jedes Mal hinlaufen zu müssen und dann zu merken, oh, da komme ich ja jetzt trotzdem noch nicht lang, weil ich immer noch nicht das passende Fähigkeit oder die passende Waffe eben habe. Alles in allem muss ich sagen, das Spiel ist sehr lang und das merkt man auch in den einzelnen Level Passagen manchmal schon ein bisschen zu langwierig, meiner Meinung nach, bis man zu dem nächsten Checkpoint bekommt, aber ich finde für den Preis muss natürlich auch ordentlich was an Spielzeit geboten werden und natürlich muss ich dazu sagen, dass ich bisher noch keinerlei Bugs hatte, keine Fehler, die Steuerung ist wirklich butterweich, die Kämpfe sind super inszeniert und ja, auch gerade die Hintergrund, ja, nicht Story, sondern Hintergrund, der so abläuft, der quasi im Hintergrund quasi durchläuft, der ist echt teilweise ziemlich cool animiert, muss man sagen und da merkt man schon, dass sie da schon ordentlich Kohle reingebuttert haben. Also alles in allem muss ich sagen, für 49 Euro, ja, vielleicht 39 wären eher so besser gewesen oder vielleicht auch so irgendwas um die 25 oder so, aber im Grunde genommen macht das Spiel schon, was es soll. Es ist ein solides, ausgeprägtes Metroidvania, was auch ein bisschen andere Wege geht und meiner Meinung nach echt Spaß macht, gerade wenn man dann die neuen Fähigkeiten bekommt und dann erstmal schaut, wow, wo konnte ich jetzt hier überhaupt nochmal lang gehen. Das Ganze findet ihr natürlich im Kanal mit meiner 100% Komplettlösung. Schaut da also gerne mal rein, Freunde. Lasst ein Däumchen hoch und auch ein Abo da und ich würde mich freuen, wenn wir das Game zusammen durchzocken. Also guckt da gerne mal rein. Größten Teil der Komplettlösung wird tatsächlich erst am Montag veröffentlicht werden, da dann erst der offizielle Release der Deluxe-Version ist. Vorher darf ich leider noch nicht so viele Inhalte posten, aber an dieser Stelle schon mal vielen Dank an Ubisoft, die mir das Game zur Verfügung gestellt haben und ich werde es natürlich trotzdem kritisch beäugen. Und ja, Leute, aber eine Kaufempfehlung kann ich euch schon mal aussprechen. Rabattiert wird es sich natürlich noch ein bisschen mehr lohnen, aber ich sage mal, für die Spiellänge, die man da bekommt und als echter Metroidvania-Fan oder auch Souls-Like-Fan, der bekommt hier wirklich ordentlich was geboten. Es ist zwar keine düstere Stimmung, aber es ist ein cooles Setting, was ihr euch auf jeden Fall anschauen könnt. Euch wünsche ich schon mal viel Spaß, falls ihr euch für Prince of Persia entscheidet und wenn ihr irgendwo hängen solltet, dann kommt einfach im Kanal vorbei. Da gibt es dann die Komplettlösung mit allen Rätselguides und so weiter. Also Freunde, bis denn, macht's gut, adios und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.